Ne, es lief eigentlich erstmal alles so, wie wir es uns vorgestellt haben. Dankeschön. So wie wir es uns vorgestellt haben. Ja, leider habe ich dann eine entscheidende Phase im Finale im Platten gehabt. Und musste das Hinterrad wechseln. Bin dann nochmal rangekommen, aber es hat einfach zu viele Körner gekostet. Und konnte dann den letzten 20 Kilometer in Anschluss leider nicht mehr halten. Es war auch einfach drei Wochen ohne Rennen vorher und dann mit der Erkältung. Ich habe gehofft, dass es reicht, aber hat dann doch nicht so gereicht. Natürlich ist es eben das wichtigste Rennen für uns oder eines der wichtigsten. Nächste Woche kommt noch Lüttich dran. Und nein, wir waren alle super motiviert. Und ich denke, ja auch Linus hat einen super Job gemacht. Das ganze Team hat einen super Job gemacht. Ich konnte es leider nicht ganz ausfüllen hinterher. Aber man hört es auch denke ich mal immer noch, die Erkältung steckt auch noch ein bisschen in den Kornhofen. Ja, also die Woche jetzt mache ich mal zwei Tage ein bisschen ruhiger. Und dann trainiere ich nochmal ein bisschen und hoffe ich, dass es in Lüttich ein bisschen besser läuft. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.